Ja, hallo, willkommen zurück. Dieses Mal wollen wir unser Wissen etwas anwenden. Wir wollen uns einfach, dass wir es wieder mal ein bisschen wiederholen, wir wollen uns ausrechnen, wie schnell sind die Ladungsträger in so einem Draht hier. Dieser Stickel Draht, das habe ich gerade da unten runter zwickt, der hat einen Querschnitt von 1,5 mm². Das ist das, womit man üblicherweise so installiert im Haus, 1,5 mm² liegt da drin, sagt man 1,5 mm², 1,5 mm² Querschnitt hat dieser Kupferdraht hier. Dieses Kupfer, und jetzt wollen wir uns ja ausrechnen, wenn wir da so einen Föhn auftragen zum Beispiel, oder so was in der Größenordnung, also irgendwas, was wirklich gescheit Strom braucht, und tatsächlich zum Beispiel 10 Ampere drüber rinnen, wie schnell bewegen sich da drinnen unsere Ladungsträger. Jetzt wissen wir ja, dass in Festkörpern, Kupfer ist ein Festkörper, wird hoffentlich bekannt sein, dass in Festkörpern der Leitungsmechanismus ja eine Elektronenleitung ist. Und ich kann nicht sagen, beim Kupfer hat man pro Kupferatom ein sogenanntes Valenzelektron zur Verfügung, also pro Atom habe ich ein Elektron, was ich bewegen kann. Ja, gut, schauen wir uns das an, schauen wir uns das an, was bedeutet das überhaupt, 10 Ampere. Sagen wir, wir haben einen Draht, A ist 1,5 mm², und wir haben einen Strom I, der soll sein 10 Ampere. Was bedeutet das jetzt, dieses 10 Ampere? Also, wenn der Strom I 10 Ampere ist, wie viele Koulombe pro Sekunde rinnen da? Das heißt, es rinnen 10 Koulombe pro Sekunde. Das ist ja das Gleiche. Haben wir mal gehört. Also, Strom ist bewegter Ladungsträger, es rinnen 10 Koulombe pro Sekunde. Und hoffentlich kann sich der eine, die andere, auch noch daran erinnern, welche Ladung ein so ein Elektron beiträgt. Das war nämlich die sogenannte Elementarladung. Ein Elektron hat minus 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulombe. Wie viele Elektronen müssen da also durchrinnen? Das sind 10 Coulombe pro Sekunde, dividiert durch minus 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulombe. Was kommt da raus? Also, wenn ich hier noch meinen Taschenrechner finde, habe ich gerade eine Art gehabt. Da liegt er, liegt er da. Was kommt da raus? Schauen wir uns das an. Also, 10 dividiert durch 1,602 mal 10 hoch minus 19. Ungefähr 6,242 mal 10 hoch 19 pro Sekunde kommt das aus. Also, Ladungen, Elementarteilchen pro Sekunde. Das klingt schon mal gut. Das klingt schon mal wirklich, wirklich viel. Das ist eigentlich minus, weil es ja in die andere Richtung zischen. Deswegen kommt das Vorzeichen. Ist aber eigentlich egal, weil ob das in die Richtung bewegt oder in die Richtung bewegt, hat für die Gesamtgeschwindigkeit ja keine Aussage. Ja, nur die Richtung. Also, minus 6,242 mal 10 hoch 19 Elektronen pro Sekunde pfeifen da durch diesen Querschnitt durch. Ist das nicht der Wahnsinn? Also, das sind ja 6 und dann 19,0 und nur dran. So viel Geld hat keiner. So schnell, so viele rocken da durch. Aber jetzt die große Frage. Ja, wie viel sind denn da drin? Wie viel sind denn da auf so einen Quadrat? Auf die 1,5 Quadratzentimeter? Wir haben einmal gehört, es sind ungefähr 10 hoch 23 Atome oder freie Ladungsträger pro Kubikzentimeter. Das habe ich einmal einfach so behauptet. Wollen wir uns das genau einmal anschauen, wie das funktioniert. Und zwar, da machen wir jetzt eine entsprechende Tabelle auf. Zufällig, also wirklich zufällig, habe ich hier die Wikipedia-Seite von Kupfer offen. Und da gibt es jetzt zwei Sachen, die uns interessieren. Und zwar, boah, da kommt gleich. Oh, Elektronenkonfiguration. Das interessiert uns nicht. Was uns interessiert, ist die Atommasse. Die Atommasse von Kupfer ist 63 Atommasse. Ich schreibe das da daneben ein bisschen auf. 63,546. Das ist die Atommasse. Und da unten steht da noch was. Verdichte. Da haben wir die Dichte. Und die Dichte ist Rohdichte 8,92 Gramm pro Kubikzentimeter. Und jetzt schaut mal wieder zurück auf das, was ich da gerade abgeschrieben habe. Also, wir sehen, wir verwenden da jetzt einfach Werte, die wir in Tabellen, in bekannten Tabellen finden. So, jetzt habe ich das da aufgeschrieben. 6,3546, was heißt das eigentlich? Das sind Gramm pro Mol. Kann man zumindest so interpretieren. Das sind eigentlich Atomare Masseneinheiten, aber das ist zufällig das gleiche Gramm pro Mol. Also, ein Mol von Kupfer hat 63,546 Gramm. Was ist ein Mol? Jetzt sind wir schon in der Physik ziemlich. Da sieht man mal, wie unsinnig das ist, wenn man so scharfe Grenzen sieht. Das ist ja Chemie. Alles hat irgendwo Schnittstellen und es überlappt sich. Man sollte schon ein bisschen die anderen Disziplinen im Auge behalten. Also, ein Mol, die Stoffmenge vor einem Mol, sind 6,022 mal 10 hoch 23 Teile. Also, das bedeutet, 6,022 mal 10 hoch 23 Kupferatome haben 63 Gramm. Okay? In einem Kubikzentimeter sind 8,92 Gramm drin. Wie viel Mol pro Kubikzentimeter kriegen wir da jetzt zusammen? Wir haben also 8,92 Gramm pro Kubikzentimeter dividiert durch 63,546 Gramm pro Mol. Was kommt da raus? 8,92 dividiert durch 63,546 Gramm. 0,14037 Gramm pro Kubikzentimeter. So viel Teilchen, so viel Mol pro Kubikzentimeter haben wir. Und jetzt multiplizieren wir das noch mit der Avogadokonstante. Das heißt, das sind 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen mal 0,14037. Und jetzt haben wir Atome pro Kubikzentimeter. Okay? Also das mal 6,022 mal 10 hoch 23 ergibt 8,453 mal 10 hoch 22 Atome pro Kubikzentimeter. Okay? Das sind also Atome pro Kubikzentimeter. So und so viele Atome pro Sekunde müssen da müssen durchrennen. Wie viele Kubikzentimeter erinnern da durch? Weil jedes Atom hat ein Elektron. Also so und so viele Elektronen pro Sekunde müssen durchrennen. So und so viele Elektronen oder Atometeilchen pro Kubikzentimeter habe ich zur Verfügung. Das heißt, wie viele Kubikzentimeter sind das? Das heißt, das sind minus 6,2422 mal 10 hoch 19 Elektronen pro Sekunde dividiert durch 8,453 mal 10 hoch 22 Elektronen pro Kubikzentimeter pro Kubikzentimeter. Das habe ich da her. Das habe ich da her. Was kommt da raus? Also minus 6,2422 mal 10 hoch 19 dividiert durch 8,453 mal 10 hoch 22 ungefähr ungefähr minus 7,3846 und 10 hoch minus 4 Kubikzentimeter pro Sekunde. So wenig Kubikzentimeter pro Sekunde bewegen sich die Atome praktisch weiter. Also die Elektronen. Die Elektronen bewegen sich so viel weiter. Und zwar negativ, weil sie ja in die andere Richtung gehen, wie der Strom eigentlich ringt. Das heißt, wenn ich das jetzt umrechne auf Kubikmillimeter 1 cm hat 10 mm, 1 cm2 hat 1000 Quadratmillimeter 1 cm3 hat 100 hat 1000 1 cm3 hat 1000 Das heißt, das sind minus 7,3846 mal 10 hoch minus 4 mal 1000 Kubikmillimeter pro Sekunde der 1000 der 1000 und der 4 das heißt wir haben minus 7,3846 das sind 10 hoch 3 mal 10 das heißt 10 hoch minus 1 das heißt minus 0,7384 Kubikmillimeter pro Sekunde 0,7 Kubikmillimeter pro Sekunde Das ist das muss sich durchbewegen Jetzt haben wir einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter und wenn wir das jetzt dividieren durch die 1,5 Quadratmillimeter wissen wir wie viel Millimeter pro Sekunde das weiter pfeift Also minus 0,7384 Kubikmillimeter pro Sekunde dividiert durch 1,5 Quadratmillimeter sind das machen wir 1000 einmal dann bin ich da was ist denn das jetzt wieder gewesen ja minus und das jetzt dividiert hätte ich mal gleich spielen können minus 0,7384 dividiert durch 1,5 sind dann minus 0,49 Millimeter pro Sekunde na bist du nah also bei einem Stromfluss von 10 Ampere bewegen sich die Ladungsträger in diesem Stückchen Kupfer hier pro Sekunde am halben Millimeter weiter sehr langsam nicht da sieht man mal wie langsam das wirklich geht wie wie schwer anscheinend das doch ist dass die da durch rinnen können also es ist halt einfach eine unglaubliche unglaubliche Menge da drinnen das ist alles aber eigentlich sind sie nicht schnell ich meine ein halber Millimeter pro Sekunde was soll das wirklich flott aber warum warum wenn ich hier jetzt zu meinem Lichtschalter gehe und drücke geht das Licht ja an wieso das denn wenn das nur so langsam da hinauf kriecht ja das ist einfach deswegen weil die Leitung bis nach oben hin gefüllt ist mit Elektronen ok wenn ich ein Reel habe wo lauter Kugeln drin sind und ich drücke auf einer Seite eine Kugel rein kommt auf der anderen Seite sofort eine Kugel raus aber sofort das ist genau das gleiche das ist voll mit Elektronen und auf der einen Seite hinten schiebe ich uns nach und fällt uns aus ein anderes zwar aber hey da sind wir nicht so ok sind wir nicht so ist ganz egal Elektron ist Elektron ob das jetzt von einem Kupferatom von einem Fremdatom oder wo immer das herkommt ein Elektron ist ein Elektron alle sind gleich deswegen stört uns das nicht deswegen aber da sehen wir mal wie langsam der Strom eigentlich wirklich da drinnen rinnt und wie unglaublich viele Teilchen da auf selbst kleinen Querschnitten doch zusammen kommen ist das nicht unglaublich also das ist das sind unsere Erkenntnisse so nächstes mal das nächste mal sprechen wir dann über Leistung und Arbeit das nächste mal werden wir sehen dass sobald sich was bewegt und da ist eine Kraft involviert und es bewegt sich hier was Kraft mal Weg ist Arbeit das heißt unser Strom wenn sich da drinnen bewegt der leistet Arbeit das spüren wir es wird er hell und so weiter wenn ich auftrage es wird heiß wenn ich Föhn auftrage es wird hot wenn ich Lautsprecher auftrage das ist ja nicht umsonst es kommt die Arbeit und wie und wie sich diese Arbeit zusammensetzt oder wie das kommt das werden wir in diesem nächsten Video sich anschauen für dieses mal mit dieser Anwendung ich hoffe dass man mir folgen hat können aber zumindest war es ein hoffentlich Aha Erlebnis dass das so langsam da drin funktioniert in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit wiedersehen